Das macht doch nichts. Ich gebe dir in die Hand. Ich sage auch nicht, dass du dich nicht gegeben hast. Du musst jetzt nicht mehr die Hand nehmen. Hör dir mal zurück. Dann drüben wir halt. So, ich hab dich. Was ist jetzt? Ich bin jetzt von mir verständlich. Was musst du mal ziehen? Ich bin jetzt von mir.